Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Tischtennis-Bundesliga und genauer gesagt mit einer Begegnung Werder Bremen gegen TTC Zugbrücke Grenzau. Tischtennis-Bundesligas Werder Bremen traf am 16. Dezember auf die Mannschaft von TTC Zugbrücke Grenzau. Werder spielte in folgender Aufstellung. An Nummer 4 gesetzt war Paul Drinkhall, die aktuelle Nummer 83 in der Weltrangliste. An dritter Stelle hat Trainer Christian Tamas den Rumänien Konstantin Giotto aufgeboten. Adrian Krizan, die Nummer 22 in der Welt, spielt im Werder-Team an Nummer 2 gesetzt. Und das ist die neue Nummer 1 der diesjährigen Werder-Mannschaft. Chi-Juan-Juong, die Nummer 8 der Weltrangliste, der aus Taiwan stammt. Die Einlaufkinder stammen übrigens aus der Tischtennis-Abteilung des TUS Sulingen. Zunächst musste die Nummer 1 der Bremer gegen die Nummer 2 der Grenzhauer Rufen-Philos antreten. Der Bremer zeigte von Beginn an tollen Angriffstisch-Tennis-Sport, wie hier zum 6 zu 2 im ersten Satz. Hier schon der Satzball zum 11 zu 4 für den Bremer und schon nach 10 Minuten war dieser zu Ende. Anfang des zweiten Satzes beim Stand von 1 beide dann der beste Ballwechsel des gesamten Spieles. Chiang leitet sofort den Angriff ein und schmendert ein paar Mal mit seiner Rückhand, bis der Grenzhauer den Ball nicht mehr auf der Platte platzieren kann. Neuer Spielstand 2 zu 1 für Werder. Die Zuschauer in der Halle Hermin-Gebertholz-Straße spendeten Sonderapplaus. Hier ein ähnlicher Ballwechsel, nur dass Chiang einen Stoppball dazwischen setzt. Das Ergebnis aber ist gleich. Punkt für Werder zum 9 zu 6. Der zweite Satz ging damit 11 zu 6 an den Bremer. Ähnliche Ballwechsel dann auch im dritten Satz. Diese waren für die zahlreich erschienenen Zuschauer eine Augenweide. Insgesamt war der dritte Satz aber ausgeglichener. Der Grenzhauer führte sogar einmal mit 9 zu 7. Der Bremer kann aber zum 10 beide ausgleichen und hat hier beim Stand von 11 zu 10 Matchball. Und er zwingt den Gegner wieder in die Defensive und schmettert ihn praktisch von der Tischplatte, so dass er diesen dritten Satz mit 12 zu 10 gewinnen kann. Und den ersten Punkt, den die Mannschaft von Werder Bremen erzielen kann. Die Halle tobte für diese tolle Leistung. Adrian Kisan, die Nummer 2 der Bremer, spielte nun gegen die Nummer 1 der Grenzhauer Andrei Gassina. Und zunächst sah es gar nicht gut aus für den Bremer. Er verliere die ersten beiden Sätze mit 9 zu 11, 14 zu 16. Hier im dritten Satz aber nun das 4 zu 2. Wenige Ballwechsel später führt der Bremer schon 9 zu 5. Die Wende? Zunächst einmal konnte er diesen dritten Satz mit 11 zu 7 gewinnen und kam so immer besser ins Spiel. Im ausgeglichenen vierten Satz steht es nun 9 zu 9. Und der Vorentscheid zum Satzausgleich oder zum Matchball für den Grenzhauer steht an. Rassina rutscht aber bei einem Abwehrversuch aus und kann den Ball des Bremers nicht erreichen. Satzball Werder. Und es gelingt tatsächlich der Satzausgleich zum 2 zu 2. Adrian Kisan hat sich zurückgekämpft. Die Zuschauer jubeln. Ähnlich ist dann im fünften Satz. Der Bremer hat Matchball zum 11 zu 9 und kann diesen zum Spielstand von 2 zu 0 für Werder Bremen verwandeln. Nun kann das nächste Spiel von Konstantin Giotty schon entscheidend sein. Der Bremer kam ähnlich wie Adrian im Spiel vorher schlecht ins Spiel und musste den ersten Satz mit 10 zu 12 an den Grenzhauer Zoltern Fayyar-Kornert abgeben. Dann aber steigerte sich der Bremer mit jedem Ballwechsel und kann hier im zweiten Satz zum 3 zu 3 ausgleichen. Hier der Ballwechsel, der zum 8 zu 6 für Konstantin führt. Den zweiten Satz konnte er dann mit 11 zu 6 für sich entscheiden. Im dritten Satz hier bereits der Satzball zum 11 zu 7 für den Bremer. Nun war der Gesamtsieg des Spieles Werder Grenzhau greifbar nahe. Im vierten Satz leistete der Gegner noch einmal Widerstand, spielt aber hier den Ball ins Aus. Matchball Werder. Und diesen ersten Matchball zum 12 zu 10 im vierten Satz ließ sich Konstantin Giotty nicht nehmen. Er verwandelte ihn und somit lag Werder uneinholbar mit 3 zu 0 vor und das Spiel war entschieden. Werder hatte erfolgreich Revanche für die 2 zu 3 Hinspiel-Niederlage genommen. Nach dem Spiel sprach ich mit dem Werder-Trainer. 3 zu 0 gegen Grenzhau. Wo soll das für Werder Bremen noch hinführen in der Tische Bundesliga? Ich denke, dass wir mit diesem Sieg jetzt heute mit 3 zu 0 auch den zweiten Platz nochmal ein bisschen gefestigt haben. Nicht unbedingt die Punkte, sondern auch das Spiel. Wir haben heute überzeugend gespielt, wir haben den Gegner dominiert. Zwar ein enges Spiel, aber wir haben den Gegner dominiert und eigentlich denke ich auch für den wir 3 zu 0 gewonnen. Ich glaube, die identifizieren sich auch ein Stück mit Werder Bremen, mit unserer Mannschaft. Jeder einzelne Spieler fühlt sich wohl hier mit dem eigenen Zuschauer zu spielen. Auch wir sind heiß auf weitere tolle Siege dieser Mannschaft.